Wow, normalerweise ist ja immer nur so Schrott in so Teilen, so Werbekacke, aber Zirkel ist ja megacool. Willkommen bei FestivalTV. Wir freuen uns sehr, dass wir heute, die Daya und ich, ein Goodiebag machen dürfen. Also das ist hier so ein Goodiebag vom Filmfest München und super, dass wir das haben, weil wir haben ja überhaupt keine Zeit Filme anzuschauen. Ich habe schon Filme geschaut. Einen haben wir zusammen geschaut auch. Aber jetzt schauen wir mal, dass das hier glaube ich viel interessanter. Was ist so deine allgemeine Haltung zu Goodiebags? Das finde ich schon mal ganz gut, können wir gebrauchen. Geil. Also. Oh, ein Knebel. Ein Teasburger. Was ist das für ein geiles Goodiebag? Lecker. Jetzt noch das passende Bier dazu. Was ist das? Hier, probier du mal. Bist lieber auf die Seite, wir haben ja noch mehr. Magst du mal schauen? Wow. Wenn da noch so versteckt ist. Hakeimer Adorno, Dialektik der Aufklärung. Große Empfehlung. Sollte jeder Medien- oder Filmstudierende, dann überhaupt jeder lesen. Kultur, Industrie, Aufklärung als Massenbetrug. Ich kann dir sogar die Hauptthese aus diesem Buch zusammenfassen, glaube ich, ganz kurz. Und zwar ist die Hauptthese beschäftigt. Aktueller denn je. Ja, ich kann das jetzt nicht. Das ist gut. Mhm. The Glowy-Gel. Magst du das haben? Ach, das ist, glaube ich, gut für dich. Wow. Trash and Glowy skin. Hier, da kannst du das Bier aufmachen. Ist da ein Öffner drin? Nagelzwicker. Ist auch gut. Mega praktisch. Eine Postkarte. I went to the cinema once. It was magic. And I never wanted to come back. Stay crazy. Markus Söder. Wow. Ah, schau mal. Hier gibt es noch ein Eyeshadow. Das ist doch gut mit dem Glowy hier zusammen, oder? Das macht man dann zuerst drauf. Oder weißt du, wie das funktioniert? Und dann, keine Ahnung. Ja. Mach mal auf hier noch. Also, das trägt man überhaupt nicht auf hier. Uh. Jojo noch. Mach mal ein paar Tricks. Ich kriege den Scheiß nicht auf. Kann ich mal ein paar Tricks zeigen aus meiner Schufzeit? Die Apfelslaufe. Okay. Also, hier kriegt man noch Nüsse mit Schokoladenchips vom Filmfest. Ach, ich kann das nicht mehr. Ja, also, ich bin ganz schön begeistert, muss ich sagen. Danke sehr. Also, dieses Jahr wurde sich mal richtig Mühe gegeben. Danke ans Filmfest. Ja, und danke auch für die Menschen hinter der Kamera und wir sehen uns.